Hallo meine lieben Digirta, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen K-Demo-Event-Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Update vom 23. Oktober 2024. Was das Ganze dann dementsprechend für K-Demo beinhaltet und dann auch dementsprechend irgendwann Potenzial für uns, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Angefangen mit dem neuen Digimon, was erschienen ist. Es ist ja bereits im Vorfeld angekündigt gewesen, dass ein neues Triple S Plus erscheint und das ist dann heute erschienen. Imperial Dramon Fighter Mode Awaken ist für die Vemon Imperial Dramon und die Vemon Imperial Dramon Joggris Line heute erschienen. Und die Joggris Digitationslinie in dem Fall sieht dann so aus. Vemon und Vemon Imperial Dramon Joggris Line. Die Champion Level natürlich sind hiermit vorhanden, Vemon Stingmon, Pale Dramon, Imperial Dramon Joggris und dann nicht Imperial Dramon Fighter Mode Joggris, sondern dann kommt schon direkt Imperial Dramon Fighter Mode Awaken, was dann dementsprechend bedeutet, dass man vom Imperial Dramon Joggris dann zu Imperial Dramon Fighter Mode Awaken dann hochdigitieren kann. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ein Triple S Plus Digimon. Evolution Level ist 70. Es hat die grundlegenden Attribute Maxine und Licht und hat drei Family Attributes, Metal Empire, Dragon's Roar und Wind Guardian. Seine grundlegenden Stats, HP, Digi-Soul, Defense und AT sehen in dem Fall dann so aus. Also das sind die Werte auf 100% Größe Level 1, 14.420 HP, 4.990 Digi-Soul, Defense 399 und 5.603 AT. Die restlichen Stats sind auch bereits schon durchgelegt worden. Die sehen in dem Fall dann so aus. Also da haben wir den HP-Wert, der dann bei 140% Größe Level 140, weil höher, was das Level betrifft, kann man im Moment noch nicht hochrechnen, weil da noch die Informationen dazu fehlen. Da sind noch nicht genügend Infos da, um die Digimon dann dementsprechend da hochzurechnen. Aber zumindest 140% Level 140 ist möglich. Dementsprechend da haben wir dann 21.769 HP. Dann 6.406 Digi-Soul. 8.039 AT bei einem Attack-Speed von 2,3. CT-Wert Base-mäßig ist durchgesiegert mit 11,25%. Hochgerechnet sind das dann 29,56%. Hitrate 490, Defense haben wir dann 606 bei der Größe und dem Level. Und der EV-Wert beträgt 44,20%. Das Ganze ist dann, wenn man das mit anderen Triple S Plus Digimon vergleicht, am vergleichbarsten zu Alphamon Oruken Awakened. Wenn man sich das mal anschaut, also HP-Wert, bis auf jetzt das kleine, absolute Minimum, was Alphamon Oruken Awakened hier mehr hat, ist es quasi Alphamon Oruken Awakened. Digi-Soul hat Alphamon Oruken Awakened minimal mehr. In dem Fall, ja genau, 120 Stück ist jetzt nicht allzu nennenswert. AT auch hier minimaler Vorteil für Alphamon Oruken Awakened. Aber dafür muss man natürlich aber auch bedenken, hier Attack-Speed von 2,3. 0,1, besserer Attack-Speed auf Imperial Dramon Fighter Mode Awakened. Plus, wenn man den CT-Wert noch vergleicht, also da Alphamon Oruken Awakened hatte 26,69% maximal. Hier sind es dann dementsprechend fast 3% mehr. Also auf jeden Fall, da auch hier ein Voranteil für Imperial Dramon Fighter Mode Awakened. Hit-Rate minimal, mehr Defense etwas weniger, aber dafür dann mehr EV. Aber wie gesagt, am vergleichsbarsten zu den anderen Triple S Plus ist es, was die Reihenstats betrifft, zu Alphamon Oruken Awakened mit schnellerem Attack-Speed und höherem CT-Wert auf jeden Fall. Dann hat das Digimon 4 Skills. Diese sind dann in dem Fall so aufgeteilt. Also wir haben einerseits die F1 Splendor Blade. 19.802 Damage machte dieser Skill. Dieser Skill, das wissen wir auch schon, hat einen Cooldown von 5 Sekunden. Positron Laser ist seine F2 dann. 35.284 Damage bei einem Cooldown von 9 Sekunden. Dann haben wir die F3 Gigadeath. Dieser hat einen Damage-Wert von 57.850 auf Stufe 1. Ist dementsprechend, was eine reine F3 betrifft. Eher auf der niedrigeren Seite, was Triple S Plus Digimon betrifft. Dafür hat der Skill dann aber auch nur einen Cooldown von 24 Sekunden. Und einen Zusatz-Effekt noch mit dabei. Increases Skill-Damage um 20% für 15 Sekunden. Bei einem Cooldown, wie gesagt, von 24 Sekunden. Das heißt, wenn man diesen dann immer wieder spammt, solange der, also sobald der Buff abgelaufen ist und der Cooldown auch abgelaufen ist, hat man nur 9 Sekunden Downtime, wo man diesen 20% erhöhten Skill-Damage dann nicht hat. Aber er hat noch eine F4 und das ist sein, in dem Sinne, wenn man das so nennen möchte, Haupt-Damage-Skill. Also das, wo am meisten Damage drauf ist. Aber in dem Fall ist das genauso wie bei Omnimon X ein AOE-Skill. Steht hier auch mit dabei. Giga-Death-Area-Skill. Und dieser hat dann einen Base-Damage-Wert von 142.298. Wie gesagt, 5 Minuten Cooldown wird man also dann dementsprechend, wie bei OX, dann für, ja, Burst-Situationen verwenden. Aber nicht, ja, kontinuierlich dann dementsprechend nutzbar sein. Aber dafür kann man den dann gut zum Farmen verwenden. Aber dafür dann dementsprechend hier die anderen Skills dann noch. Und wie gesagt, hier dann 20% Extra-Skill-Damage für 15 Sekunden, um das Ganze dann noch ein bisschen zu kompensieren. Bin ich auf jeden Fall dann sehr gespannt, wie er sich dann spielen wird, auch mit seinem Advanced-Skill-Breaking dann. Aber ja, so sieht auf jeden Fall dann seine Skill-Verteilung dann dementsprechend aus. So, wie kann man dann Imperial-Dramon Fighter Mode Awaken dann rankommen? Da kommen wir dann zu der ganzen Krux bei diesem Digimon. Denn viele hatten ja im Vorfeld spekuliert gehabt. Und auch von des 95 hatte im Vorfeld behauptet gehabt, dass das Digimon das Jumping-Event-Digimon wird. Weil es läuft auch parallel jetzt noch ein Jumping-Event dann auf K-Demo. Was heute auch dann gestartet ist. Aber das ist es nicht geworden. Und die haben meiner Meinung nach die schlimmste Route gewählt, die man da hätte wählen können. Und zwar haben die das in ein Data Summen Unique reingepackt. Und da auf dieselbe Art und Weise reingepackt, wie damals, wer das noch weiß, wo Belphamon Rage Mode Awaken erschienen ist. Und zwar, da gucken wir jetzt schon dann direkt mal rein. Da sieht das Ganze dann so aus, dass man hier dann diese Red Maple Leaf Box aus Data Summen Unique dann rausziehen muss. Oder spätestens nach 100 Stück eins durch die Pity bekommt. Und da dieses Evolution-Item für Imperial-Dramon Fighter Mode Awaken. Legendary Dragon Warrior. Ich glaube, die haben hier halt nur den Namen falsch eingetragen. Oder beziehungsweise gewählt. Weil Legendary Dragon Warrior ist ja, glaube ich, auch eins der Evolution-Items für entweder das normale Fighter Mode. Also nicht für die Joggers-Variante, sondern für die Burst-Mode-Variante. Oder für den Dragon-Mode. Aber ja, hier hat man dann nur eine 3% Chance, das dann auch aus so einer Box dann rauszuziehen. Und dementsprechend sage ich ja, dass es die schlimmste Variante ist, die man da hätte wählen können. Weil nicht nur muss man erst natürlich eins aus der Unique, ähm, aus dem Unique-Summen rausziehen. Eine Box. Sondern selbst aus der Pity-Box, wenn man die 100 voll machen sollte, hat man nur eine 3% Chance, dieses neue Evo-Item rauszubekommen. Und wer sich noch dran erinnert, bei Belphim und Rage-Mode Awakened war das genauso gewesen. Und, soweit ich weiß, genau hat das Ganze eine Chance von 0,5% bei dem Unique dann rauszukommen. Aber ich schaue das gerne natürlich nochmal nach, damit ich da die genauen Werte habe. Aber das ist hier leider nicht aufgelistet im Digimon-Summen, die Wahrscheinlichkeiten da. Irgendeiner meint aber auf jeden Fall, dass das 0,5% Chance ist, das da rauszubekommen. Also so eine Red Maple Leaf Box aus diesem Summen rauszubekommen. Und ja, wie gesagt, spätestens bei 100 bekommt man eine garantiert. Aber, wie gesagt, 3% Chance, nur das rauszuziehen. Also da wird man im schlimmsten Fall mehrere Boxen auf jeden Fall davon benötigen. Naja, aber gut. Irgendwann wird er sicherlich dann noch auf andere Wege verfügbar gemacht werden. Entweder durch Evolution-Item-Random-Boxen irgendwann. Vielleicht auch noch irgendwann in die Kolo-Hard-Mode-SS-Plus-Random-Box. Vielleicht irgendwann auch noch in Digital Fusion aka Digi-Combine. Wer weiß. Aber jetzt zum Release ist der auf jeden Fall nur auf diese Art und Weise erhältlich. Der Ride-Mode ist ganz normal im Shop wie immer verfügbar und dementsprechend, ja, dort dann auch erhältlich. So, das war alles dann erstmal zu Imperial Dramon Fighter Mode Awakening. Jetzt kommen wir zu dem neuen Dungeon, der erschienen ist. Die hatten ja im Vorfeld auch angekündigt, dass ein neuer Dungeon erscheint. Dieser heißt in dem Fall Shop. Der Location, also die Location dafür ist im D-Terminal. Dort gibt es dann einen Shop-Guide, wie auch immer, NPC. Und die Entry-Conditions dafür sind, von diesem Dungeon gibt es zwei Modi. Einmal den Easy-Mode und einmal den Normal-Mode. Um da reingehen zu können, muss dann im Easy-Mode das Digimon-Level 150 oder höher sein. Und im Normal-Mode 160 oder höher. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, für den Normal-Mode sollte man definitiv höher, was das Digimon-Level betrifft, als 160 sein. Aber da kommen wir gleich noch drauf zurück. Und um da reingehen zu können, braucht man natürlich auch ein Dungeon-Ticket. Das ist dann die sogenannte DIM-Card. Diese bekommt man eine durch die Weekly Maintenance. Also einmal pro Woche bekommt man dafür eine Dungeon-Ticket dann dementsprechend. Das Ganze ist ein Solo-Dungeon. Das heißt, man kann nur als eine einzige Person da reingehen. Man kann nicht als Party reingehen. Dementsprechend muss man das auch dann alleine schaffen, wenn man sich dran probiert. Und wie ich das heute schon gesehen habe, selbst der Easy-Mode wird nicht einfach sein. Ich habe nämlich heute schon einen Streamer reingehen sehen und den probieren sehen. Und ja, selbst mit dem Joli 6er Love Set, also das, was Full of Damage Reduction ist, plus Guardian of Light Highest, der hat das mit dem Crimson Mode Awaken probiert, selbst da haben die Skills von dem Gegner noch 60.000 beziehungsweise 80.000 Damage gemacht. Also ordentlich auf jeden Fall. Also wer denkt, der Easy-Mode wird so easy? Nee. Nee, der wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Und da braucht man dann dementsprechend ordentlich was auch da schon alleine, um den schaffen zu können. Und der Normal-Mode ist derselbe Dungeon, nur halt mit einem anderen Skill-Pattern, so wie ich gehört habe. Und der Normal-Mode hat 700 Millionen HP, so wie ich das gesehen habe. Aber ja, dieses Ticket kann dann verwendet werden, sowohl für den Easy-Mode als auch für den Normal-Mode, je nachdem, welchen man dann machen möchte. Genau, im Easy-Mode-Dungeon, Gulus Gamamon, ist da der Gegner. Und vielleicht wird das dann auch noch irgendwann hoffentlich ein spielbares Digimon. Aber jetzt zumindest, Gulus Gamamon ist der Gegner in sowohl dem Easy- als auch in den Normal-Mode. Und im Easy-Mode Level 150, das heißt, da kann man zumindest Hit-Rate-Anforderungen gut senken, indem man da gut über dem Level des Gegners ist. Im Normal-Mode ist der Gegner Level 166 und das ist das, was ich vorhin meinte. Hier muss man nur Level 160 sein, um reingehen zu können, aber um an Hit-Rate und CT-Anforderungen zumindest ein kleines bisschen sparen zu können, muss man da auf jeden Fall Richtung 170 dann schon im besten Fall dann sein. Und selbst dann wird man ein bisschen was trotzdem an Hit-Rate und CT benötigen. Und sie sagen auch hier selber, im Normal-Mode gibt es ein Changing-Pattern, also was dann die Skills dann betrifft. Der Easy-Mode hat immer dasselbe Skill-Pattern, während der Normal-Mode ein wechselndes Skill-Pattern hat, also was noch zusätzlich dann zur Schwierigkeit dann beiträgt. Genau, jetzt kommen wir dann zu den Belohnungen, die man da durch das Clearen dann bekommt. Also der Easy-Mode gibt dann einem eine garantierte Liste und der Normal-Mode natürlich auch. Und dann gibt es natürlich noch Additional-Rewards, aber erstmal die garantierten Clear-Rewards. Also da bekommt man dann drei Contaminated Digi-Codes raus. Die sind für neues Crafting dann da, da kommen wir auch noch gleich dann drauf zurück. Dann gibt es garantiert 7 Terra pro Clear und 2 Reinforcement-Material-Boxen in der Easy-Mode-Variante. Und der Normal-Mode hat dieselben Sachen, nur halt nochmal mehr, plus noch ein weiteres Material, und zwar das sogenannte Executioner's Knife. Aber erstmal 10 Contaminated Digi-Codes bekommt man hier, statt nur 3 wie beim Easy-Mode. Dann 7 Executioner's Knife bekommt man hier raus, 20 Terra pro erfolgreichen Clear und eine Reinforcement-Material, beziehungsweise zwei von den Reinforcement-Material-Random-Boxen Normal. Dann gibt es noch die Additional-Clear-Rewards, also das, was über diese garantierten dann hinaus droppen kann. Also im Easy-Mode haben wir dann zwei Contaminated Digi-Codes, die mit einer 50% Chance dann noch droppen können und mit 25% Chance zwei Reinforcement-Material-Boxen in der Easy-Mode-Variante. Und bei dem Normal-Mode gibt es dann 50% Chance auf vier weitere Contaminated Digi-Codes, zwei Executioner's Knife ebenfalls mit 50%, zwei Reinforcement-Material-Boxen Normal mit 25% und hier gibt es noch dann genauso wie beim Metall-Raymond-Dungeon eine Awakened-Equipment-Random-Box, die droppen kann, allerdings mit 0,05% Chance nur. Aber hier hat man, wie gesagt, dann auch noch die zusätzliche Möglichkeit, zusätzlich zum Metall-Raymond-Dungeon dann an eine True-Equipment-Random-Box dann ranzukommen. Aber wie gesagt, 0,05% Chance ist echt niedrig dann. Genau, und dann gibt es noch die, also genau, was aus den Reinforcement-Material-Boxen Easy und Normal dann rauskommen kann. Also aus der Easy-Box kann dann rauskommen, mit 50% Chance 10 Equipment-Data-Fragments. Man bekommt ja nur eine Sache aus dieser Liste, also 50% Chance auf 10 Equipment-Data-Fragments, 40% Chance auf 2 Equipment-Data-Blue, 9% Chance auf ein Reinforcement-Hacking-Tool und 1% Chance auf ein Reinforced-Backup-Chip. Und aus der Normal-Mode-Box sind das dann 50% Chance auf 20 Equipment-Data-Fragments, 30% Chance auf 5 Equipment-Data-Blue, 15% Chance auf 5, äh, 5, 5, sorry, 5 Reinforcement-Hacking-Tools und 5% Chance auf ein Reinforced-Backup-Chip. So, und jetzt kommen wir dann zu dem Crafting, wofür man dann diese Contaminated Digi-Codes und diese Executioner's Knife dann benötigt. Und zwar wurden jetzt, äh, wurden zwei neue Sachen hinzugefügt, und zwar einerseits ein Vital Breath Digi-Vice. Das ist ein Bracelet, nicht wie der Name sagt, ein weiteres Digi-Vice, was man craften kann, sondern ein neues Bracelet und ich nehme schon mal vorweg, das ist das neue, beste Bracelet im Spiel. Und dann gibt es noch Ghost Key-Rings, die man sich craften kann. Und da kommen wir auch noch dann gleich drauf zurück. Der Ghost Key-Ring wird genauso geupgradet wie die Dungeon-Klamotten von dem Metal-Greymon-Dungeon. Das heißt, die gehen von, äh, Stufe 0 bis Stufe 15 maximal hoch. Und natürlich, je weiter man kommt, desto niedriger ist die Chance, dass man einen, äh, Success bei der nächsten Stufe hat. Dann gibt es auch natürlich noch die Chance dann, die immer höher wird, dass es erfailt. Und dann natürlich irgendwann die Chance, die er dann auch immer höher wird, dass es beim Hochcraften kaputt geht, wenn man keine Backups verwendet. Aber ja, genau so funktioniert das hier dann. Hier sind die Stats dann auf diesen Ghost Key-Rings dann. Ich sage deswegen Key-Rings, weil es genauso wie bei anderen Key-Rings, äh, Family Attribute spezifisch dann wieder ist. Also, welche Variante man dann hat und dementsprechend, dass das Digimon dann Boni bekommt. Hier ist es in dem Fall dann so, ist der erste Stat, den man drauf hat, Hitrate. Fängt an bei 100 Hitrate, geht dann bis Stufe 15 dann hoch mit 1000, die man da dann maximal dann drauf bekommt. Die zweite Option ist HP. Fängt dann bei Stufe 5 mit 500 an und geht dann bis 5000 HP hoch. Und der dritte Stat ist dann Skill Damage. Fängt dann erst bei Stufe 10 an mit 30% dann direkt. Also, selbst wenn man nur bis Stufe 10 gehen sollte, ist das auf jeden Fall... 20% mehr als auf bisherigen, ähm, Key-Rings möglich war. Und das Ganze geht dann bis Stufe 15 dann noch hoch bis 50%. Auf jeden Fall ordentlich, aber muss man auch erst mal das Ganze schaffen, weil das nämlich so ist, dass die, ähm, diese, äh, Executioner's Knife die Materialien sind, die man, äh, für die, äh, also für diese Ghost Key-Rings benötigt. Für dieses Vital Breath Digivice braucht man allerdings nur, äh, diese Contaminated Digi-Codes aus diesen Dungeons. Deswegen der Easy-Mode kann verwendet werden für komplett das Bracelet-Crafting. Dagegen den Normal-Mode muss man machen können, um dann auch sich diesen, äh, äh, Key-Ring dann craften zu können. Genau, und hier haben wir dann die Stats für das, äh, äh, Vital Breath Digivice Bracelet. Und da sind ein paar interessante Sachen mit dabei. Erstmal, overall, das Ding hat höhere Stats als das Zero-Unit Bracelet. Das können wir natürlich auch einmal zum Vergleich noch ranholen. Dann habt ihr das auch mal, ähm, direkt im Nebeneinander-Vergleich. Da müssen wir einmal hier runter zu den Bracelets. Und genau, hier haben wir die Zero-Unit Bracelets Stats. Geht erstmal los mit Attack Power, also AT. 1.000 bis 1.500. Hier muss man dann mit Number-Chain-Stones arbeiten, um dann das Maximum rausholen zu können. Aber das Minimum, was man hier pro AT-Option bekommt, sind 1.000. Wenn man das vergleicht mit Zero-Unit Bracelet. Zero-Unit Bracelet hat nur 720 AT, die man dann drauf bekommen kann. Also selbst die niedrigste Stufe hier sind schon wesentlich mehr. Und beziehungsweise, das sind ja auch noch die 100% Digitary Power Stats. Das heißt, das Maximum pro AT-Option, die man da drauf bekommt, sind 3.000 AT. Also, wenn man AT-AT drauf haben sollte, wären das 6.000 AT, die man da drauf haben kann. Dann Defense, 300 bis 500. Wenn man das vergleicht mit Zero-Unit Brace. Das hat nur 180. Also hier auch weitaus mehr möglich. Aber gut, Defense ist normalerweise nicht etwas, was man auf Bracelets oder beziehungsweise auf Accessories im klassischen Fall normalerweise baut. Dann HP pro Option 2.000 bis 3.000 geht hier das Maximum dann. Hier bei Zero-Unit Bracelet 1.440, also gar kein Vergleich auch hier. Dann CT 5 bis 10%. Hier sind es dann 12%, die man hier haben kann. Also etwas niedriger hier dann. Critical Damage allerdings dann gegen 25 bis 40%. Also maximal 80% Critical Damage pro Option. Hier sind es dann 36%, also 4% mehr pro Option, die man hier auf dem neuen Bracelet haben kann. Hitrate geht von 800 bis 1200. Also 1200 ist hier das Maximum. Während beim Zero-Unit Bracelet Hitrate 900 das Maximum ist. Und genau, also dann gibt es hier noch festen Skill Damage, den man draufbekommen kann. 2.000 bis 2.500. Gut, das macht jetzt nicht allzu viel. Aber hier haben wir dann neue Sachen draufbekommen und die sind dann sogar Prozent basiert. Also es gibt hier dann auch einen Defense-Wert, den man draufbekommen kann, der Prozent basiert ist. Also hier dann 15 bis 20%. Digi-Soul, also Max Digi-Soul 5 bis 10%. Max HP 5 bis 10%. Skill Damage gibt es jetzt auch als Prozentoption. 3 bis 7%, also maximal dann 14% Skill Damage dann bei 200% Digitary Power. Und der allerinteressanteste Stat meiner Meinung nach, der hier drauf ist, ist dieser Final Damage Stat. 1 bis 5%, das heißt maximal sind hier 10% Final Damage dann als Option möglich. Wer nicht weiß, was Final Damage bedeutet, Final Damage bezieht sich in dem Fall auf den Damage, den man macht, wenn alle anderen Sachen schon zusammengerechnet sind. Also Critical Damage mit einbezogen ist zum Normal Damage oder Skill Damage mit allem, was da ein Skill Damage-Prozent schon mit reingerechnet ist. Dann kommt nochmal Final Damage, in dem Fall diese Option, dann basierend auf dem, was man dann maximal schon hat, dann oben drauf. Also in dem Fall 10% von dem, was man insgesamt an Damage hat, kommt dann nochmal oben drauf. Beispielsweise, wenn man durch einen Auto-Attack mit Critical Damage, was weiß ich, 300.000 Damage macht, bekommt man da nochmal 30.000 oben drauf, wegen 10% vom, also 10% nochmal auf dem maximalen Damage oben drauf, beziehungsweise 10% vom maximalen Damage dann nochmal oben drauf. Und das bezogen auf alles. Also wenn man seine AT erhöht, erhöht sich auch der Final Damage dann dementsprechend natürlich Prozent basiert. Critical Damage, wenn man mehr bekommen sollte, erhöht sich Final Damage dadurch mehr Skill Damage, erhöht sich auch der Final Damage dadurch. Also Final Damage ist meiner Meinung nach die beste Damage-Option, die man hier noch drauf bekommen kann. Aber wie sich das dann natürlich im Endeffekt dann ausspielen wird, sehen wir dann, sobald das dann bei uns erscheint. Aber nice auf jeden Fall, dass hier viel mehr Optionen mit dabei sind, auch neue Optionen, das Digi-Soul, HP und sowas, für die Leute, die da gerne eine Option haben möchten, dann auch Prozent basiert dann als Option hier möglich sind, zusätzlich zu festen Werten. Genau, dann haben wir noch das, genau, das Crafting dann, was dazu gehört natürlich. Also Vital Breath Digi-Vice ist garantiertes Crafting. Da sieht es dann in dem Fall so aus, dass es nur eine einzige Crafting-Stufe gibt, je nachdem, welche Variante man wählt. Also, genau, also man kann sich das Vital Breath Digi-Vice auf drei Arten weisen craften. Einerseits gibt es die Möglichkeit, das aus einem Zero-Unit-Bracelet zu craften. Also da muss man erst ein Zero-Unit-Bracelet haben und das dann hochcraften. Dann braucht man 10 Terra für das Hochcraften plus 50 von diesen Contaminated Digi-Code, um sich dann das Vital Breath Digi-Vice craften zu können. Die zweite Variante ist, man craftet sich das aus einem Miracle-Bracelet in der Special-Variante und hier bei den beiden Sachen, also Zero-Unit-Bracelet und Miracle-Bracelet in der Special-Variante, man kann das auch daraus craften, wenn man schon das Bracelet geöffnet haben sollte. Das ist auch noch wichtig dazu zu erwähnen. Genau, da braucht man dann, wenn man das aus dem Miracle-Special-Bracelet macht, dann 100 von diesen Contaminated Digi-Codes und 50 Terra dann fürs Crafting, weil es natürlich wesentlich schwieriger ist, an ein Zero-Unit-Bracelet ranzukommen. Und es gibt auch noch die Variante, wo man das ohne eins von beiden craften kann. Da braucht man dann allerdings 200 Contaminated Digi-Codes dafür und 100 Terra, um das ohne eins von diesen beiden zum Craften zu verwenden, dann aus dem Nichts quasi craften zu können. Dann gibt es noch die Sachen mit den Executioner-Snipe, womit man sich die Ghost-Keyrings dann craftet. Da ist es in dem Fall dann so, dass man 20 Executioner-Snipe benötigt, um eine von den Random-Ghost-Keyring-Boxen zu craften. Und ja, Random sage ich da auch noch extra dazu, weil man da dann eins zufällig von den Family Attributes dann rausbekommt. Also da muss man das im Zweifel mehrmals machen, um dann im Zweifel das rauszubekommen, was man haben möchte. Aber wenn man einen rausbekommen haben sollte, den man nicht haben möchte, was weiß ich jetzt, Ghost-Keyring-JT, also Jungle Trooper beispielsweise, kann man diesen dann wieder umcraften in 15 Executioner-Snipe. Also man verliert bei jedem Crafting dann 5 Executioner-Snipe, falls man keins rausbekommen sollte, was man direkt verwenden möchte. Und es gibt dann noch darüber hinaus dann trotzdem die Möglichkeit, sich verschiedene Sachen zu craften, damit natürlich auch der Dungeon dann Langzeit irgendwas hat, was man dann mit diesen Contaminated Digi-Codes dann machen kann. Und zwar sieht das in dem Fall dann folgendermaßen aus, dass man mit einem Contaminated Digi-Code sich zwei Flutze vom Eustasis craften kann oder zwei Option-Changetones oder zwei, nee, in dem Fall fünf oder fünf Number-Changetones oder zwei Reinforcement-Hacking-Tools. Mit 20 von den Contaminated Digi-Codes kann man sich einen Reinforced-Backup-Chip craften. Mit sieben von denen kann man sich einen D-Arc-Material-Random-Box craften oder mit jeweils 15 Stück dann entweder eine True-Digi-Vice-Coin oder eine D-Arc-Reroll-Coin. Und genau, also aus dieser Ghost-Came-Keering-Random-Box bekommen wir dann einen, wie gesagt, zufällig von dieser Liste dann raus. Genau, dann haben die noch Field-Raid-Improvement für Kaisers Domain bekommen, also für die Kaiser Digimon Raids dann in dem Fall. Genau, also da war es bisher so, dass die Raid-Bosse sequenziell erschienen sind, wenn die Monster besiegt wurden und die haben einen 30 Sekunden Damage-Reduction-Buff, in dem man denen kaum Damage macht. Und nach dieser Änderung heute ist es so, dass alle Raid-Monster zur selben Zeit erscheinen, was eine Tour sehr schwierig machen wird. Weil ich weiß jetzt schon, dass die Leute da dann die Tour dann immer wieder kaputt machen werden, falls diese Änderung jemals zu uns kommen sollte. Der Damage-Reduction-Buff ist unterschiedlich, je nachdem, welche Field-Raid-Bosse dann dementsprechend da sind. Und nach dem ersten Kill wird der nächste Raid-Boss ja dann basierend auf der Kill-Time dann erscheinen. So, damit sind wir jetzt dann endlich mit den Updates dann durch. Jetzt haben wir dann noch das laufende Event dann. Was da reingekommen ist, da ist jetzt ein neues Jumping-Event gekommen, beziehungsweise neu. Es ist im Prinzip eins zu eins dasselbe wie beim letzten Mal. Also es gibt wieder die Darkness-Selection-Box und Light-Selection-Box. Also für Darkness-Bar-Gramon oder Susanna-Mon-Shin. Das sind hier in dem Fall dann wieder die Jumping-Digimon. Hier bekommt man dann ja die Sachen dann wieder raus wie beim letzten Mal. Und ja, wie man dann an diese Evolution-Items dann rankommen kann, ist genauso wie da. Und hier betonen die auch nochmal extra mit dabei. Alles, was man hier rausbekommt, also die Choice of, aus dieser Choice of Light Box, dann also Box of Destruction and Regeneration dann in dem Fall und auch bei Darkness-Bar-Gramon Inferium-Vicious-BD. Können nicht für Digital Fusion verwendet werden. Dann gibt es noch ein Jumping-EXP-Event. Das ist dann in dem Fall so ausgelegt, dass es Montag bis Freitag zu bestimmten Uhrzeiten, also 18 bis 22 Uhr bei denen dann 2000% EXP, also Burn-EXP gibt. Und Samstag und Sonntag 24 Stunden lang das Ganze. Wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn wir sowas auch bekommen würden, weil 2000% extra EXP gerade für Kaiser-Tour-Farmen wäre auf jeden Fall richtig nice. Und ja, dann noch das ganze reguläre Jumping-Event, wenn ja, wenn man einen neuen Tamer sich erstellen sollte während des Event-Zeitraums, da ist im Prinzip alles insoweit wie immer gleich. Dann gibt es noch ein Double-State-Event für Imperial Ramon Fighter Mode Awaken natürlich, weil das jetzt frisch neu rausgekommen ist. Dann gibt es noch einen speziellen Titel, den man für den abholen kann. NPC Emperor's Return BAMON erscheint dann im DRT-Center, wenn man Fighter Mode Awaken haben sollte während des Event-Zeitraums. Dieser läuft dann in dem Fall bis zum 20. November. Kann man dann die Sub-Quest Emperor's Return annehmen und abgeben und dann bekommt man den Titel der Emperor's Return. Dieser gibt einen dann, wenn man den ausrüsten sollte, Lichtattribut Skill Damage plus 10% und Max-HP 500. Und dann gibt es noch ein Summon-Card-Event für den. Dann bekommt man dann von dem BMON-NPC in Daily Emperors Return Fighter Mode Awaken. Dafür bekommt man dann ein Trace of the Dragon. Damit geht man dann BMON in die Terminal Underground Summon Square, beschwört dann ein Fighter Mode Awaken. Dann muss man das BMON besiegen und dann geht man die Quest ab und bekommt eine Dragon Box. Diese Dragon Box beinhaltet dann random entweder 20 Delicious Gold Bananas, 10 Random Buff Box plus 50%, 7 Backup Discs, 5 Goddess Fruits oder 5 Option Chain Stones. Sollte man also definitiv mitnehmen, alleine schon wegen der Chance auf 5 Option Chain Stones. Und genau, da wurden als einzige Game Modification und Supplement Works hinzugefügt, dass zu den Raid Monstern vom 15th Anniversary Event dann ebenfalls ein Damage Reduction Buff hinzugefügt wurde und dann Crash, der aufgetaucht ist, wenn man ein Boxed Item geöffnet hat, ist ebenfalls behoben worden. Dann haben wir noch die Promotions, da ist aber im Prinzip nicht allzu viel drin, also da haben wir nur den, da das haben wir Unique, der reingekommen ist für Imperial, Drama und Fighter Mode Awaken und dann seinen Ride Mode, dieser kostet auf Cardimo 34 Crown. Mehr ist es nicht. Also hier, das Hauptsächliche waren die Updates und die Events, die reingekommen sind. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zu den neuen Sachen in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall richtig nice, was sie hier gemacht haben mit den Ghost Key Rings und mit den, mit dem neuen besten Bracelet dann im Spiel, vor allem bei dem Bracelet mit dem Crafting. Einziges natürlich ist, dass man dafür diesen Dungeon machen muss und wie zumindest heute bei den ersten Versuchen ersichtlich wurde, hat dieser Dungeon es trotzdem in sich. Also da wird man auf jeden Fall ordentlich Damage Reduction benötigen, um den effektiv machen zu können und dementsprechend für den, für den normalen Spieler muss man auf jeden Fall entweder Mikro Mode haben für Damage Reduction oder man braucht das Love Set plus dann im besten Fall natürlich noch einen Guardian Skill, um Damage noch zu reduzieren. Aber mal gucken, wie sie dann, wie das Ganze dann im Endeffekt dann ausfallen wird, sobald das dann bei uns erscheint. Und natürlich dadurch, dass der Gegner hier im Normal Mode Level 166 ist, macht das Ganze auf jeden Fall auch nochmal schwieriger. Im Easy Mode zumindest da der Gegner Level 150 ist, wenn man da Richtung mehr als 160 dann vom Digimon Level her dann hat, vielleicht sogar im besten Fall natürlich Richtung 165, 170, sollte Hitrate eigentlich kein großes Problem dann mehr sein, wenn überhaupt noch und dann müssen wir noch gucken, wie viel CT man da dann benötigt, um den machen zu können. Aber ja, das auf jeden Fall jetzt zu den neuen Sachen, die reingekommen sind, schade, dass Fighter Mode Awakened nicht das Jumping Event Digimon geworden ist, aber irgendwie war das bei Move Games ja auch abzusehen, dass das das nicht werden wird. Na ja, aber gut, eure Meinung zu den neuen Sachen wäre mir gerne in die Kommentare, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen haben sollte, aber ne, nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder, haut rein, ciao, tschau,